Hallo liebe Kinder, heute kommen wir zum zweiten Teil des KGV, des kleinsten gemeinsamen Vielfachen. Im ersten Video hatte ich euch gezeigt, wie man von kleinen Zahlen das kleinste gemeinsame Vielfache dadurch findet, dass man die Vielfachen Reihen der einzelnen Zahlen aufschreibt und dann schaut, welche gemeinsamen Vielfachen gibt es. Und das kleinste dann davon, das kleinste gemeinsame Vielfache, das schreibt man sich dann raus, indem man einfach dahinter schreibt KGV, in diesem Fall in beiden Reihen kommt 15 vor. Und das ist auch das erste, also das kleinste gemeinsame Vielfache, also 15. Bei größeren Zahlen, wie hier bei 70, 42 und 50, würde man sich sehr viel Arbeit machen, wenn man jetzt die Vielfachen Reihen aufschreiben will, so lange, bis man das kleinste gemeinsame Vielfache gefunden hat. Das geht recht einfach mit der Primfaktorzerlegung. Da gibt es auch ein Video dazu. Primzahlen, das sind ja 2, 3, 5, 7, 11 und 13 und unendlich viel mehr. Ich habe jetzt nur die ersten aufgeschrieben, weil die hier auch nur eine Rolle spielen. Okay, wir zerlegen die Zahl 70 in Primfaktoren. Wir sehen, die ist durch 2 teilbar. 70 durch 2 ist 35. Das Zwischenergebnis schreibe ich mir hier bei den Nebenrechnungen auf. Also 2 mal. 35 ist nicht durch 2 teilbar. 3 und 5 sind 8, ist also nicht durch 3 teilbar. Aber an der 5 hier hinten sehe ich, dass durch 5 teilbar ist. Als nächsten Primfaktor notiere ich also die 5. Und jetzt lasse ich ein bisschen Lücke, denn sollten hier mehrere Zweien oder noch eine 3 auftauchen, dann müsste ich die dazwischen packen. Also ich darf mit meinen Primfaktoren nicht durcheinander kommen. Ich lasse also Platz. So, und wenn ich 35 durch 5 teile, kommt 7 raus. Das ist ja schon eine Primzahl. Die schreibe ich auch wieder mit Lücke nach hier hinten. So habe ich genug Platz. Dann zerlegen wir ebenfalls die Zahl 42. Die ist durch 2 teilbar. Kann ich hier hinschreiben. So, jetzt ist ganz wichtig. Ich habe einen gleichen, also einen identischen Primfaktor gefunden. Den schreibe ich auch unter dem Primfaktor, den ich da drüber gefunden habe. Und zwar unter denselben Primfaktor. Also ich habe hier auch die 2 gefunden. Hier gab es auch die 2. Schreibe ich übereinander. So, 42 durch 2 ist 21. 21 ist nicht durch 2 weiter teilbar, aber durch 3. Dann kommt 7 raus. So, die 3 muss ich jetzt hier zwischenschreiben. Aufgepasst. Es könnte ja noch eine 2 vorkommen. Dann müsste ich die noch hier hinschreiben. Also hier auch wieder ein bisschen Platz lassen. Aber die darf auf keinen Fall hier hinten hin. Ich darf nicht überholen. Also die Reihenfolge der Primfaktoren muss erhalten bleiben. 2, 3, 5. So, und die 7 kommt hier als Ergebnis raus. Ist ja auch wieder eine Primzahl. Die schreibe ich dann auch wieder unter die 7, die ich hier oben ermittelt habe. Ich darf die jetzt nicht irgendwie rechts oder links daneben schreiben. Immer schön Primfaktor unter Primfaktor. Okay, dann habe ich die 42 auch in Primfaktoren zerlegt. Die 50 ist ebenfalls durch 2 teilbar. Und auch hier wieder die 2 unter die 2 anderen 2. Und dann kommt 25 raus. 25 ist nicht durch 2 weiter teilbar, auch nicht durch 3. Dann durch 5 aber. Und wenn ich 25 durch 5 teile, kommt auch 5 als Ergebnis raus. Diese 5 schreibe ich jetzt unter die 5, die ich hier oben schon ermittelt habe. Und die zweite 5 muss ich hier zwischenschreiben. Okay, wie gehe ich jetzt vor? Das heißt, alle Primfaktoren, die ich hier oben ermittelt habe, schreibe ich hier unten drunter nochmal. Die Primfaktoren, die in jeder Zahl vorkamen, die schreibe ich aber nur einmal hier unten hin. Das heißt, die 2, die tauchte ja in allen 3 Zahlen als Primfaktor auf. Geht aber hier unten in unsere Rechnung nur einmal rein. So, hier ermitteln wir unser K, G, V. So, 2, die 3, auch wenn sie anders als die 2 nur einmal vorkommt, geht sie trotzdem als Primfaktor hier unten mit rein. Diese 5 war in 2 Zahlen enthalten, geht hier unten mit rein. Die zweite 5 war nur in einer drin, geht trotzdem hier rein. Und die 7 kam in 2 Zahlen vor, geht trotzdem mit rein. Okay, jeden Primfaktor haben wir jetzt hier nach unten gezogen. Und dabei ist es unerheblich, ob der Primfaktor wie hier in allen 3 Zahlen vorkommt, ob er nur in einer Zahl vorkommt oder ob er wie hier und hier in 2 Zahlen vorkommt. Wird einmal hier unten aufgelistet. So, und wenn ich jetzt jeden Primfaktor, der hier vorkam, aufgeschrieben habe, dann muss ich jetzt nur noch das Ergebnis ausrechnen und dann weiß ich, was das K, G, V ist. Also, 2 mal 3 ist 6, 6 mal 5 ist 30, 30 mal 5 ist 150 und 150 mal 7. 100 mal 7 ist 700, 50 mal 7 ist 350. Das ergibt also zusammen 1050 und das ist unser K, G, V. Das geht wesentlich schneller, als wenn ich jetzt von jeder Zahl hier die Vielfachenreihe aufgeschrieben hätte, um dann herauszufinden, welches das kleinste gemeinsame Vielfache ist. Okay, das war's dazu.